Ein Polykristall ist ein kristalliner Festkörper, der aus vielen kleinen Einzelkristallen besteht. Die durch Korngrenzen voneinander getrennt werden, die einzelnen Kristallite können sehr unterschiedliche Größen haben. Im Allgemeinen werden Kristalle mit Kristallitgrößen im Größenbereich Mikrometer bis Zentimeter als Polykristallin bezeichnet. Abgrenzung Stoffe mit kleinen Kristalliten werden häufig als Mikrokristallin oder als Nanokristallin bezeichnet. Ein Kristall, dessen Bausteine ein durchgehendes einheitliches, homogenes Kristallgitter bilden, wird ein Kristall oder Monokristall genannt. Die meisten kristallinen Festkörper in der Natur sind Polykristallin. Die polykristalline Struktur wird daher oft nicht erwähnt, sondern als Normalfall angenommen. Es gibt aber auch Stoffe, die als ein Kristalle entstehen, beispielsweise haben Diamanten eine fast perfekt monokristalline Form. Verwendung Da Metalle in der Regel zu Polykristallen erstarren, haben, von wenigen Ausnahmen abgesehen, Strukturwerkstoffe wie Stahl, Aluminium und Titan eine polykristalline Struktur. Aus diesem Grund haben metallische Werkstoffe mit zufälliger Textur trotz der Kristallanisotropie, isotrope Eigenschaften. In der Technik werden Polykristalle des Weiteren für Solarzellen verwendet. Sie sind in der Regel kostengünstiger herzustellen als Solarzellen aus monokristallinem Silizium. Dass auch zur Herstellung von Microchips eingesetzt wird, polykristalline Solarzellen zeigen jedoch einen geringeren Wirkungsgrad. Künstliche polykristalline Diamanten werden in der Holz-, Kunststoff- und Nichtheisenmetallbearbeitung als Schneidwerkzeuge eingesetzt. Künstliche polykristalline Diamanten werden in der Holz- und Nichtheisen- 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 und Untertitelung des ZDF, 2020